Wieso will keiner mit mir gelben Bild machen? Oh, oh, hier ist einer, der so Voices macht. Oh, da ist er, da ist er. Oh, 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 oh. Geil! Däger! Oh yeah, oh, baby, baby! Ey, Max, die mal rein und sag mal was. Mach dir das mal. Er kann das gut, er kann das gut. Du kannst das so gut? Ja, das ist ja krass. Schau mal, ob du da mal was ansagen darfst. Ja, Mann, das ist so big. Hi. Meinst du, ich kann mal ne Ansage machen, ne kleine? Ne schnelle? Boah, das wär krass. Geil, geil. Oh, ist hier Platz überhaupt? Moin, das ist richtig gemütlich hier, sag mal. Wir sind ja hier den ganzen Tag drinnen, ne? Geil, geil. Eigentlich sind wir ja da nicht so für, aber ich vertau euch mal, dass ihr hier keine Kreise habt. Wir machen keinen Quatsch, nein, nein, wir machen keinen Quatsch. Natürlich. Oh. Oh. Ich bin hier so voll... Ich bin hier vollgeladen mit Max Sacher. Wie ich aussehe hier. Ey, muss ich irgendwas drücken oder irgendwas? Einfach rein. Oh, tut es gleich, tut es wieder. Los geht's, neue Runde! Wuhu! Heute ist mein Special Guest hier am Start. Einmal den lieben Trimax und den Papa Platten. Na, mal schauen, ob es euch nicht ganz... Na, mal schauen, ob es euch nicht ganz... ... ... ... ...